Herzlich Willkommen bei der Luzi in Dietiken. Ich bin Sharon, Käufer am zweiten Lehrjahr. Ich durchlaube in meiner Lehre fünf verschiedene Abteilungen, wie Post, Buchhaltung, Einkauf, Verkauf und Marketing. Willst du mehr über meine Lehre erfahren, dann komm jetzt mit. Hallo, ich bin Raghana. Momentan bin ich im Einkauf Stahltechnik tätig. Ich freue mich darauf, nächste Woche ins Lager arbeiten zu können, um unsere Produkte lernen zu können. Super ist, dass wir hier sehr viel Lernende sind. Ich bin Jackson und bin im Verkauf Metallbau. Der Kundenkontakt ist sehr spannend und abwechslungsreich. Bald darf ich zwei Wochen in Rom und I arbeiten und gut vorbereitet sein für die Abschlussprüfung. Mein Name ist Matthias Pestalozzi und ich leite unser Familienunternehmen. Wir sind jeden Tag für unsere Kunden da und beliefern sie pünktlich und zuverlässig mit Material. Willst du auch du bei uns im Team mitschaffen? Dann melde dich doch bei uns und werde auch ein bester Luzianer.